ja leider kann man ja die kiste noch nicht beschriften also ich wüsste auf jeden fall nicht wie das heißt nämlich das wird jetzt mal eine steinkiste ja und da drauf kommt dann die zweite steinkiste gut dann heißt es jetzt für mich ich brauche ich brauche den da das heißt aber auch ich brauche den da oh mein gott ja ich brauche am besten viel platz hilfe schön immer wieder weg ist auch weg noch mehr weg ist da rein nett noch netter auch weg bis da rein ist auch weg so das heißt ich muss jetzt nach unten weil ich muss mein emc aufladen aber mein raum nach hinten ist auf jeden fall schon mal ein wenig fertig so ein bisschen ein bisschen energie habe ich ja mittlerweile so ich brauche ich hätte mal gesagt da schmeißen wir alle rein acht stück reicht erst mal noch ein so und ich brauche auf jeden fall von dir auch acht stück und von dir mache ich mal vier so das lässt jetzt auf danke ja irgendwann muss ich ne ich kann hier vorbei laufen schön so das heißt jetzt also ich komme ich baue jetzt als erstes hier meine tische hin meine produktionstische ja ich muss mal ein ding holen und gleich mir noch irgendwas mitnehmen ich nehme mal was besseres mit nehme ich mir mal hier die mit das heißt jetzt nämlich ich brauche ich nehme mal den raus und den raus bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube der mk1 könnte sogar reichen beziehungsweise und zwar ich muss ihn ja ein wenig im boden versenken und kiste drauf stellen äh kiste kiste ist äh was mit deckel so und lassen wir holz produzieren schön äh mein arsch mk1 für holz nö mk2 schon viel netter kann ich aber auch vergessen dann nehme ich mal mk3 das nenne ich holzproduktion brauche ich nämlich auf jeden fall so okay ähm dann brauche ich da hinten einen stein danke die nächste daneben wird auf jeden fall wieder mal mk1 oder mk2 oder mk2 so und zwar für kabel mk1 zu langsam also unter mk2 brauche ich nichts machen nett gut gut gleich weg äh brauche noch ein paar mk2 und dann laden wir mal die stelle auf danke so das heißt jetzt ich habe einen rausnehme einen eine produktion für holz und einen für stein so und aus dem stein achso ne kann ich nicht alles machen äh gut dann heißt es jetzt auch gleich wieder mk2 äh kiste und zweiter stein ja äh warum mache ich so ein komisches zeug äh ganz einfach ich äh aus holz kann ich sticks machen kann ich holz machen kann ich alles mögliche machen einfaches ding aus stein kann ich auch einiges machen vor allem die zahnräder äh aus dem stein kann ich die anderen steine machen und was ist so guck vielleicht brauchen wir es noch gut ähm was brauche ich noch eine sehr gute frage ähm also ich heiße es heißt jetzt mit der kiste gehe ich nach oben äh nö schmarrn mit der kiste gehe ich nach drüben so das heißt jetzt ähm ich muss auf jeden Fall hier nochmal 2 freilassen bevor jetzt hier die ersten 3er kommen und ich bin ein DEPP schon wieder da doch naja wobei ich kann es so lassen so wurscht so das heißt jetzt nett so du gehst weg du kommst her das heißt kiste kiste ähm saugut nix dabei toll äh gar nix dabei doch einen habe ich aber genau den glaube ich wo ich brauche so das heißt ich brauche Zinn brauche Eisen brauche Brose ich brauche ich brauche Kupfer ich brauche ein Dier und ich brauche Gold und Silber das heißt ich habe jetzt 1,2,3,4,5,6,7,8 schön also das heißt du bist als erstes die Kupferproduktion die muss reichen so du bist als nächstes die Zinnproduktion so das sind jetzt drei so ein wenig was reinschmeißen jetzt geht er jetzt geht er jetzt geht er jetzt geht er jetzt geht ein wenig Material drauf so So, nett. Das heißt, ich habe da eine halbe Blume stehen. So, legst mir um euch, was ich da jetzt an Materialien fress. So, das sind jetzt nochmal vier. Und das sind jetzt die, äh, kleinen. Das heißt, das ist ja schon eine halbe Blume. Ah, verdammt. Mir reichen diese Sachen immer noch nicht aus. Ah, und das Problem ist jetzt dadurch, dass ich den auch da hinstelle, ähm, naja, ist ja egal. Da laufe ich halt auf einer Kiste rum. So. Na, Gott sei Dank ist hier kein Crack-Tech installiert, weil es pisst gerade drauf. So. Dann nehme ich mal den Scheiß mit. Und gehe wieder in meine neue Spielecke. So, das heißt, du kommst rein. Und du kommst rein. Und ich habe ganze sieben. Wow. Okay. Äh, was will ich hier reintun? Ich hätte gesagt, Eisen. Gut. Die Produktion heißt, die läuft. Moment. Erstens, wo kommst du her? Na ja. Ich muss da mal mit den anderen Torches rumspielen, glaube ich. So, ich habe sechs Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Äh, machen wir mal schnell ein wenig Eisen. So. Dann heißt es jetzt. So. So, und dann heißt es du. Du produzierst jetzt selber. Okay. Wieso habe ich die eigentlich so weit auseinandergebaut jetzt mal? Hätte ich die auch bestimmt nebeneinander stellen können. Hm. Dann werde ich das so tun. So. Alles weg. Das heißt jetzt. Die kleine Blume kommt jetzt hier hin. Ähm. Hm. Geh weg. So. Und du kommst da hin. So. Und ich muss natürlich immer die Blume wieder fertig bauen. Sonst habe ich ein Problem. So. Hier wird Zinn produziert. Danke. Okay. Okay. Noch meysinn. So. Okay. So. Okay. So. Steirung, Shift, Q? Ne, geht nicht. So, äh. Ich nehme mal ein wenig. Eisen auf. Ich will doch nur die Kiste. Auf der ich verstehe. Na, hervorragend. Die Kiste, äh, kriege ich dann nächstes Jahr oder so. Ja, so toll, jetzt ist sie da. Ähm. Schön. Die brauche ich. Danke. Äh, wow. Äh, ich glaube, ich habe da ein wenig Eisen übrig. Ah. Und Kiste. Und Eisen. Jawohl. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das heißt dann, das Eisen aus dem Rucksack schnell raus. So. Die Kiste ist dann doch, äh, vom Inhalt, äh, äh, größer als ich, äh, gedacht hab. Wird der Wahnsinn, was ich da jetzt an Eisen, äh, schon rausgeschmissen hab. Und. Die Kiste ist immer noch nicht halb voll. Oder knapp über halb. Jetzt ist sie über halb. Gut. Das heißt jetzt, ich habe jetzt dann hier das, 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 dann das. Ja, und dann heißt es auch genau, ich habe jetzt hier, kann ich mit drei rum. Dann, oder mit zwei, machen wir zwei. Besser sein, das. Oder, ne, schmarrn, machen wir doch drei. Okay. So, dann ist das nicht Doppelwand. Das ist mir dann auch egal. So, dann heißt es jetzt für mich, ich habe auf jeden Fall noch eine Blume für Bronze. Und dann brauche ich noch, äh, ja, einmal was für Gold und einmal was für Diamanten. Wobei ich jetzt langsam überlege, ob ich nicht sogar die Maschinen dann von drüben mit einem System anschließe. Geh mal wieder rüber. Okay. 21, 22, 23, 24, 25. 21, 22, 23, 24, okay. Ich brauche Klaustern. Äh. Habe ich irgendwas, was nach Fuel ausschaut? Nicht wirklich. Ähm. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. So, schwer in die Hand. Na, dass das so zischig jetzt rumfetzt. Und mein, der muss mit mir spielen. So, das heißt, ich brauche dich erst mal. Und ich werde auch Kohle brauchen. Von Redstone. Ähm. Das sind meine